ein herzliches willkommen wir machen wieder wochenlegung und wir fangen an mit der kw3 in 2022 das ist die woche vom 17 bis 23 januar 2022 ich werde euch auch erklären wie das ganze vor sich geht ich mache eine übersicht was für die woche drin ist astrologisch und mache die wochenlegung für die einzelnen sternzeichen und dann werden wir das woche für woche das wird vielleicht ein bisschen kürzer als die monatslegung aber ihr habt ja auch die tageslegung das sollte eigentlich als information mehr als ausreichend sein sollen ja auch nur hinweise sein das mal so als mitgabe zur ersten wochenlegung wieder im neuen jahr und wir fangen gleich an allgemein haben wir in der woche vom 17 weiterhin das sonnenzeichen steinbock die einzelnen mond konstellationen bekommt er ja in den tageslegungen was haben wir noch wichtiges worauf wir allgemein erst mal hinweisen wollen wir haben vollmund im krebs am 18 das ist sehr schön für familie für den engeren kreis und auch wird uranus wieder vorläufig das wird den einen freuen den anderen wird es gruseln weil es eben um veränderung geht uranus ist ja der große veränderer neuerungen und die sonne wechselt dann am 20 auch in den wassermann aus dem steinbock in den wassermann das bedeutet eine freiheitsliebende energie und uranus ist ja auch der zeichen herrscher vom wassermann und wir haben ja inzwischen auch merkel rückläufig das macht es nicht leicht daher und wir haben auch eine zeit wo man dann so ein bisschen ja über die dinge sprechen sollte dafür würde sich auch der 23 gut eignen und venus und uranus sorgen bis anfang februar dann auch dafür dass man sich zugeneigt ist was ja auch schön ist aber man sollte natürlich nicht so hastig in irgendwas hinein stolpern so und bis zu dem 23 haben wir jetzt die woche allgemein wir schauen uns jetzt an was in den einzelnen sternzeichen los ist ganz kurz astrologisch angerissen und dann machen wir für jedes sternzeichen die wochenlegung ich wünsche euch viel spaß eine schöne woche und bis gleich einen schönen guten tag liebe zwillinge wir sind in dieser woche unterwegs für die zwillinge wir schauen mal was wir haben die sonne ist im steinbock dann wechsel in den wassermann das lässt sich natürlich aufatmen das ist ja auch ein schwesternzeichen von dir und da ist auch der freiheitsdrang sehr groß wir haben jupiter in den fischen und das kann dazu führen dass du das ein oder andere mal ein bisschen über ja ich sag mal übertreiben könntest in deinen ideen oder in deinen ja ich sag mal vorstellungen die du von dir und den entwicklungen hast bleib auf dem teppich das ist wichtig wir haben ja sowieso jetzt merkur rückläufig das für alle nicht leicht und deswegen sollte man da sehr tief durchatmen saturn im wassermann ja das gilt auch eigentlich als bremse normalerweise aber es sorgt auch dafür dass du dabei bleibst bei dem was sich dir offenbart und uranus hat keine auswirkungen das heißt du wirst nicht so stark zerrieben zwischen dem großen veränderer und dem also uranus und dem traditionellen saturn das ist gut neptun ja gibt dir halt ein paar flausen in den kopf und lässt sich mal übertreiben und da muss man aufpassen auf pluto im steinbock kann dich nicht ich sag jetzt mal in den vordergrund drücken allerdings haben wir in konjunktion später immer mal wieder mit pluto und so weiter zu tun aber ansonsten hat er keine großen auswirkungen mars im schützen das ist ein guter start gewesen da ist auch noch ein guter start ja bleibt aber auf dem teppich das ist ganz wichtig venus ist im steinbock rückläufig bis zum 29 da passiert auch nicht so wirklich viel aber ich denke dass du später von diesen energien noch profitieren wirst und natürlich der rückläufige merkur tut sein übriges dass das ganze verlangsamt wird in dieser woche ja und wir haben wahrscheinlich für alle sternzeichen welche zu sehen erstmal wieder nach dieser woche einen ich sag mal bewegen darin moment wenn dann irgendwelche ideen aufkommen aber das schauen wir uns dann in der nächsten woche an heute hier etwas kürzer weil es gibt nicht so viel zu berichten und wir schauen uns das einfach mal in den karten für diese woche an bis gleich so meine lieben wir wollen uns anschauen was wir für den zwilling die zwillinge in den karten haben was wir allgemein natürlich entscheiden sollst du was du mit diesen informationen für dich anfängst wie du das umsetzt sollte ich inspirieren das soll ein paar ideen geben was man tun kann wir haben ja astrologisch schon gehört wir haben merkel rückläufig da ist das ein oder andere schon mal ein bisschen schwieriger oder verlangsamt welche energie haben wir für den zwilling für diese woche die neun der erde die neun der erde oder neun der münzen ist das eigene individuum wie du damit umgehst du sollst dich auf dich konzentrieren fokussier dich auf deine bedürfnisse da wie es dir geht was du möchtest was du vorhast wie du das umsetzt ja das eigenständige individuum du hast schon einiges erreicht und natürlich planen wie es weiter geht bei der rückläufigkeit des merkur kann man natürlich besser planen als umsetzen wie siehst du dich könig der er da ist eine sehr pragmatische energie drin durchaus und die ist auch gut so denn du schaust dir an was habe ich wie kann ich das bewahren also dass es nicht verloren geht wie kann ich das vielleicht auch ausbauen wie kann ich das verbessern vergrößern dein wunsch die versuchung ein bisschen leichtigkeit reinzubringen ein bisschen genießen vielleicht auch möglich ja warum nicht man kann die zeit nutzen sich auch zu regenerieren sich was gutes zu tun hoffnung und ängste 7 des feuers die 7 des feuers oder 7 der stäbe ist für seine belange einzustehen das tust du sicherlich aber ich habe hier den eindruck es geht darum zu schauen ob das die richtigen belange sind ob das eben der richtige weg ist du kannst ja unterstützung anfordern und so sagen was ist gut für dich der eremit eine schöne energie das ist die jungfrau energie der eremit ist in sich gehen die schlüssel suchen die wege die hinweise was ist für mich das richtige was bringt mich weiter welche talente habe ich welche fähigkeiten und welche möglichkeiten ergeben sich daraus nicht gut die sechs der erde ausgewogenes geben und nehmen das kann bedeuten dass entweder nur halt vielleicht nicht die möglichkeit hast ausgewogen fair mit anderen umzugehen es kann aber auch umgekehrt bedeuten dass du vielleicht nicht das zurück bekommst was du dir erwartest ausgang ist die 5 der erde der rückzug das muss nicht schlecht sein es kann sein dass man sich von einer schlechten angewohnheit verabschiedet oder dass man vielleicht ein bisschen kürzer tritt oder dass man einfach auch mal ein bisschen ruhe findet das ist für zwillinge sicherlich ungewöhnlich aber es ist oft so dass man eben in der stille und im meditieren meinetwegen oder wenn man urlaub hat oder ruhe hat die besten ideen bekommt so aus dem nichts heraus gefühlt schauen wir uns an was haben wir denn mit der energie von außen was kommt da auf die zwillinge in dieser woche zu was kannst du da erwarten die neu anfangen den nach unbelastet und frei das ist eine schöne energie aber bei merkel rückläufig mit vorsicht zu genießen okay was haben wir in dieser woche wir haben den fokus der fokus liegt auf der erhaltung und bewahrung dessen was dir persönlich wichtig ist das ist eine sehr schöne energie da bist du mit leidenschaft dabei da arbeitest du dran die vage energie ausgewogenheit zu schaffen ich denke zwischen dem was an arbeit notwendig ist und dem was ihm auch an ausgleich notwendig ist mit der versuchung brauchst du vielleicht auch mal abstand zu gewissen dingen wir haben die neuen der stäbe da ist die karte des burnout ja die karte dass man die energien nicht richtig einsetzt oder dass man sich für etwas zu stark einsetzt was einem nicht so wirklich was bringt deswegen in hoffnung und ängste auch die sieben der stäbe du bist ja nicht ganz sicher ob das ziel wirklich das ziel ist was du erreichen solltest dann haben wir die liebenden es gilt auch für dich mit der karte des eremiten in dich zu gehen was liebe ich wirklich was ist für mich erfüllung was brauche ich um glücklich zu sein und wo entscheide ich mich eben auch dafür was mich auch letztendlich zufrieden stellt wir haben den ritter der kirche liebevolle energie das ist vielleicht auch dass dein enthousiasmus die freude die du an etwas hast das ist ja auch schön aber es wird vielleicht nicht so beantwortet wir haben die fünf der münzen hier dann ziehst du dich vielleicht zurück vielleicht gekränkt vielleicht ein bisschen naja enttäuscht oder ich sage jetzt mal es hat nicht auf anhieb geklappt sagen wir es mal so und wir haben den gehängten du versuchst herauszufinden woran das liegt oder du überlegst was zu tun ist um die situation vielleicht noch ein bisschen umzuwandeln das ist keine schlechte idee aber letztendlich musst du das eben auch so sehen dass manchmal der zeitpunkt nicht der richtige ist dass vielleicht die menschen an die du dich da wendest nicht die richtigen sind und da gibt es ein paar überlegungen die du anstellen könntest schauen uns jetzt erstmal an der könig der erde gerechtigkeit ausgewogenheit und die arbeit also es geht um den job und das wo du eben ich sag mal beides findest die versuchung also den spaß und auch ich sag jetzt mal das was du tun musst versuchen ist ja dein wunsch du bist zurückhaltend und zehn der schwerter das hat so ein bisschen den anschein als wenn du schon mal vielleicht deinen bedürfnissen nachgegangen bist oder eine hoffnung oder so und enttäuscht wurdest und deswegen hältst du dich jetzt zurück die überlegung da wäre ja zu sagen okay das hat beim letzten mal nicht geklappt das heißt aber nicht dass das immer nicht klappt ich muss nur vielleicht besser vorbereitet sein so hoffen und ängste sieben der stäbe da ist die strategie die drei der stäbe ist ja ich möchte das andere ufer erreichen aber ich muss überlegen wie ich da hinkommen wenn ich nicht übers wasser laufen kann euch ein boot oder fluss oder was auch immer neue wege gehen sich darauf einstellen dass auf eine andere art zu versuchen eine andere variante zum beispiel oder vielleicht geht es auch darum dass dir ein paar sachen noch fehlen zum beispiel darüber denkst du nach 9 der schwerter und das gericht du gehst ziemlich hart mit ihr ins gericht du solltest lieber gedanklich auf das zurückgreifen was da ist und nicht auf das was du mal versucht hast oder was nicht geklappt hat sondern du solltest dir wie ein guter freund selber sagen pass mal auf mein lieber zwilling wir müssen eine andere strategie fahren wie machen das denn andere was sind denn die fakten die faktenlage ist ja bei jedem natürlich unterschiedlich ich kann das 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 und das und ich möchte das und das oder das erreichen wie geht das zusammen und dann bist du schon dabei eine strategie zu entwickeln die ausgewogenheit mit den sechs der münzen das klappt momentan noch nicht da haben wir den könig der münzen und da haben wir die königin der schwerter es gilt aufrichtig und ehrlich zu sein und zwar gnadenlos für sich selbst dass man sich sagt okay vielleicht kann ich zum beispiel wenn ich einen anderen job sagen wir mal ausüben möchte da nicht mehr so viel verdienen wie bisher das wäre jetzt ein argument oder ich müsste mich von gewissen dingen verabschieden oder ich müsste neue dinge aufnehmen wenn ich etwas verändere das sollte man sich klar machen und dass es da nicht immer fair zu geht und nicht immer ausgewogen ja leider da haben wir den eremiten noch mal und da haben wir den page der keltchen sei gut zu dir auch wenn jetzt nicht alles auf anhieb klappt und wenn du mehr mit dir selber beschäftigt ist die strategien ausdenken es ist wichtig die dinge auch aus der perspektive eines oder einer anderen zu sehen wir gehen mal weiter wir haben den fokus du hast ein ziel vor augen du möchtest was verändern mit der welt und du möchtest da wirklich was draus machen du möchtest damit nach vorne gehen bei merkel rückläufig wie gesagt ist das schwierig aber es heißt ja nicht dass es unmöglich ist nur im moment ist es schwierig die vage energie könig der schwerter das könnte ein ratgeber sein es könnte auch deine energie sein deine eigene energie und der mond da haben wir diesen diesen rückbezüglichen ja dass das was unterschwellig da ist was sich davon abhält dem ein stück weit zu folgen ja du hast mal schlechte erfahrungen gemacht und deswegen hältst du dich selber zurück so neun der stäbe acht der schwerter und königin der kirche da spielt das gefühl die kränkung vielleicht auch ja das minderwertigkeitsgefühl in dem zusammenhang eine rolle das ist da solltest du dich gar nicht mit aufhalten die neun der stäbe ist nämlich die energie in die falsche richtung also verfolge den gedanken der dich zu keiner lösung findet oder zu keiner lösung bringt verfolge den nicht weiter wir haben hier die königin der kirche da ist fürsorge drin sei fürsorglich zu dir selbst hol dir einen freund eine freundin jemanden der dich gut kennt und sprich darüber oder hol dir jemanden oder sprich mit jemandem der dich gar nicht kennt der dir ratschläge geben kann könig der schwerter kann auch jemand sein der dir ratschläge gibt denn ich denke dass du hier möglichkeiten hast die du vielleicht noch nicht gesehen hast ach der schwerter dass du die noch nicht erkannt hast die liebenden fünf der kirche da ist die enttäuschung und heißt die fünf der schwerter du bist sehr sehr kritisch und vielleicht geht es auch darum dass sich jemand in der vergangenheit enttäuscht hat im job zum beispiel oder du hast was mit jemandem versucht aufzubauen oder auch eine partnerschaft natürlich aber wir sind jetzt bei der allgemeinlegung deswegen kann ich mich da jetzt nicht festlegen ich denke mal es geht darum die traurigkeit und das ganze ein stück weit zu akzeptieren ja zu sagen okay das hat auch nicht geklappt aber niederlagen sind dazu da über sich hinaus zu wachsen ritter der kirche herrscherin und mäßigkeit sobald du an dem punkt bist wo dein intellekt und dein gefühl wieder eine einheit bilden und sagen okay dann müssen wir uns eine andere strategie aussuchen dann müssen wir irgendwo mit dieser schönen energie der des optimismus der freude an etwas herangehen fünf der münzen sieben der münzen kleinigkeiten details sind wichtig nochmal die fünf der münzen also es hat was damit zu tun dass du dich ungern mit details beschäftigt ja und da musst du eben hier auch zu dir selber ehrlich sein wenn ich mich nicht mit details beschäftige dann kann ich auch nicht das große ganze erreichen das ist etwas was du dir wirklich klar machen muss versuche mal zum beispiel das vorzustellen dass das was du jetzt von dir weiß dass dir das jemand erzählt der gehängte ist nämlich eine möglichst sachliche ich sag mal unbeteiligte energie gesellschaft geselligkeit und neun der kirche was würde denn fehlen um zum beispiel einen wenn wir jetzt beim job bleiben ein headhunter in dem zusammenhang zu überzeugen oder einen kunden oder wie auch immer oder ein boss ja was würde der sich wünschen ja was da eine rolle spielt was auch mit deinen wünschen übereinstimmt und wie kann man das erreichen das wäre so ein hinweis ja also sei bitte freundlich zu dir nimm dir zeit nimm dir ruhig eine zeit für dich alleine in der du das überlegst in der du dir eine strategie zurechtlegst ja und in der du auch ich sag jetzt mal andere aspekte neu mit bedenkst und wo du auch selber wir verzeihst dass mal was nicht geklappt hat das ist auch wichtig und wo du dann wie ein neuling darauf zu gehst also wie jemand der das zum ersten mal macht um diese negative energie loszuwerden ja liebevoll mit sich selber umgehen auch wenn man noch keine lösung hat sich auch dem schmerz der enttäuschung stellen und zu sagen ich liebe das trotzdem und ich möchte das trotzdem machen und wenn du diesen punkt überwunden hast in dieser woche wo du sagst es ich habe ja eh nichts mehr zu verlieren zum beispiel oder ich möchte es trotzdem tun dann brauchst du ein bisschen ratschlag dann brauchst du ein bisschen sachlichkeit ein bisschen abstand auch und was zu erwarten von anderen wäre vielleicht nicht so gut sei ehrlich zu dir selbst denn du möchtest ja dich nicht so sehr mit den kleinigkeiten beschäftigen aber es ist notwendig und dazu brauchst du eben die disziplin das ganze umzusetzen vielleicht kann dir ja auch vielleicht jemand dabei helfen ja oder dir da zur seite stehen in irgendeiner form schauen wir mal wir haben den kanarienvogel sing dein eigenes lied ja wir schauen mal vielleicht kommen wir dann noch auf irgendwelche aspekte die da noch eine wichtige rolle spielen die nummer 26 die botschaft lautet der geist des kanarienvogels lässt sich bei dir nieder um dich deine wahre stimme finden zu lassen und dir zum ausdruck dessen zu verhelfen was du in deinem herzen vernimmst das ist eben du möchtest das er singt für dich damit du dich auch die freude besinnt die in dir ist und hilft dir dein eigenes lied zu singen jetzt ist die zeit um die welt wissen zu lassen wer du wirklich bist werde frei für die erfahrung deines inneren lichts der eremit ja und lass es leuchten die botschaft des kanarienvogels lautet dass du du selbst sein und deine tiefsten sehnsüchte zum ausdruck bringen darfst die welt will dein lied vernehmen wenn es bei deiner erkundigung und partnerschaft geht bist du aufgefordert ganz du selbst zu sein denn nur so wirst du harmonie und erfüllung finden sobald dein eigener grundton rein erklingt kannst du mit anderen zusammen auf herrliche art musizieren so für mich kommt das auch so ein bisschen rüber dass du dich vielleicht für irgendwas für eine sache ein bisschen verbogen hast dich angepasst hast oder dinge zurückgehalten hast auch das möglich und hier ist dieses ungute gefühl was sagt das ist nicht in ordnung ja und aufrichtigkeit ehrlichkeit zu sich selbst es war vielleicht auch oder ist auch nicht ausgewogen ja und das wird dir halt klar wir haben den neuanfang hier von außen jemand möchte vielleicht auch mit dir neu irgendwas beginnen aber es ist einfach nicht der richtige zeitpunkt und das kann verschiedene gründe haben du sollst dich jetzt in dieser woche ganz speziell um dich selbst kümmern laut den karten wir haben mehrfach den eremiten wir haben dass du die die realität also auch erkennen sollst und dir trotzdem selber treu bleiben sollst wir haben hier die wunscherfüllung das bedeutet betrachte die sache mal als unbeteiligter zuschauer und schau dir an wie geselligkeit oder gesellschaft darauf reagiert und wie du das in einklang bringen kannst mit dem was du innerlich fühlst und was du vielleicht hier ein stück weit verleugnet hast ja es gilt diese vage energie der gerechtigkeit wieder herzustellen das ist natürlich keine sache dass vielleicht das jetzt mal eben schnell gemacht wird und dann bist du da wo du hin willst sondern es ist eine lange langwierigere sache und du hast hier unterstützung du hast hier möglichkeiten freunde bekannte familie ja und das gilt da wirklich der sache auf den grund zu gehen und sich um details zu kümmern auch wenn du das ungern machen möchtest ja es würde sich auf jeden fall lohnen jetzt wo merkel rückläufig ist kannst du eh nicht viel reißen und in der zeit kannst du möglicherweise deinem ziel und dem was du wirklich erreichen willst erstmal von innen heraus ein stück näher kommen auch die dinge aufarbeiten die vorher vielleicht nicht so gut geklappt haben die fürsorge kann dafür sorgen dass du auf ideen kommst auf die du alleine nicht gekommen bist es kann auch sein dass du über nachrichten oder ich sag jetzt mal informationen irgendwo auch dahin kommst was zu entdecken für dich was dir in dieser situation weiter helft deswegen würde ich mich ein bisschen mehr nach innen richten für mich alleine vielleicht auch ein paar notizen machen pläne machen oder vorhaben irgendwo aufschreiben wie ich das machen kann und dann mal schauen welche möglichkeiten sich bieten dazu kannst du leute befragen die nicht gut kennen oder leute befragen die du nicht gut kennst also auch zum beispiel irgendwelche fachleute einfach mal so informationen heranholen das kann auch das internet sein zum beispiel also wir haben ja hier dass du da mega enttäuscht bist und deswegen da auch gar nicht mehr dran möchtest aber es ist wichtig das auch zu arbeiten mit neuen gefühlen mit den acht der kirche du hast ja die fähigkeit das zu überwinden und das gilt es erstmal zu erledigen bevor du dann hier rangehen kannst und die sache neu starten kannst denn auch merke rückläufig da kann man alte projekte wieder aufleben lassen streitigkeiten bereinigen das wäre so eine maßnahme und wir haben ja dann auch ab 20 die die sonne im wassermann das ist auch noch mal unterstützung das ist gemeinschaft und mit dieser gemeinschaft kannst du vielleicht dem einen oder anderen ein stück weit näher kommen ich würde es auf jeden fall probieren ja mein lieber zwilling wir werden sehen wie das für dich passt ich würde mich über rückmeldung freuen in den kommentaren wenn du das mitnehmen konntest und dir das gefallen hat dann lass gern ein lämchen hoch da und dann sehen wir uns wenn du magst in der nächsten wochenlegung wieder alles liebe viel erfolg und bis bald